»Was meine Lotte will mich morgen also wirklich allein lassen und in die weite Welt hinausfliegen?« fragte Vater und nahm sein Nesthäkchen zärtlich auf den Schoß. »Mutti bleibt ja bei dir, und du fährst doch dann auch selbst mit ihr fort in die Schweiz. Aber wenn du so schrecklich gern willst, lasse ich Fräulein und Klaus allein zu Onkel und Tante aus Gut fahren und komme lieber mit euch mit. »Möchtest du das denn so gern?« »Ja, schrecklich gern!« Annemarie schlang beide Ärmchen um Vaters Hals. Dr. Braun war ganz gerührt. Annemaries lachendes Gesichtchen zeigte nichts von Abschiedsweh. »Aber weißt du, Vatchen, in der Schweiz, da kann ich doch den ganzen Tag Schweizer Käse essen, so viel ich nur will. Den esse ich so schrecklich gern und die Löcher esse ich am allerliebsten.« Damit sprang Nesthäkchen davon, weil sie noch so furchtbar viel bis morgen zu tun hatte. Fräulein packte mit Mutti im Kinderzimmer den Koffer. Annemarie holte ihren kleinen Puppenkorb herbei und begann, die Kleider ihrer Kinder hineinzustopfen. Ach, der war im Umsehen voll. »Fräulein, hast du noch viel Platz? Ich kriege Iranchens Schulmappe gar nicht mehr hinein.« »Und Baby klemmt sich auch schon«, jammerte das Puppenmütterchen voll Eifer. »Aber Annemariechen, was willst du denn bloß mit all dem Zeug?« »Tante Käthchen hat schon an euch beiden Krabben genug«, lachte Mutti. »Ja, aber meine Kinder wollen doch auch aufs Land.« »Iränchen muss sich rote Backen holen.« »Marianchen soll mit ihren schlimmen Augen viel ins Grüne gucken.« »Und Lolo will dich auf die Bleiche legen.« »Baby soll tüchtig im Regen wachsen und Kurt kann sich dort mal wenigstens ordentlich austoben.« »Gärderchen, aber von der trenne ich mich überhaupt nicht.« »Was und das halbe Dutzend Puppen, Jürgen, willst du Tante Käthchen mit ins Haus schleppen?« fragte Mutti und versuchte vergeblich ernst zu bleiben. »Ja, natürlich.« »Nein, Lotte, das geht nicht. Eine Puppe magst du mitnehmen, die anderen bleiben hier.« »Nun such dir eine aus«, sagte Mutti in bestimmten Ton. Nestäkchen machte ein enttäuschtes Gesicht und die Puppen saßen ebenfalls mit enttäuschten Minen da. Sie hatten sich schon so auf die Reise gefreut. »Das ist eine schwere Aufgabe für eine Mutter, die Wahl unter ihren Kindern, die sie doch alle lieb hat, zu treffen.« Am notwendigsten war sicher dem blassen Irenchen die Reise aufs Land. Da aber fiel ihr Blick auf Gerda. Die saß ganz still da und schaute ihre kleine Mama ängstlich an. »Nein, Gärderchen, hab keine Furcht, du kommst mit.« »Wie werde ich mich denn von meinem süßen Nestäkchen trennen?« rief die Kleine und zog die Lieblingspuppe an ihr Herz. Aber da fühlte sich Annemarie selbst ans Herz gezogen, und zwar an Muttis. Die flüsterte, »Und ich muss mein Nestäkchen hergeben.« Dabei hatte sie sogar Tränen in den Augen. »Dafür kriegst du ja so viel Schweizer Käse.« Ob nun Annemaries Trost ihr einleuchtete, oder ob Mutti daran dachte, dass Vater, der so angestrengt in seinem Beruf war, eine Erholung ohne seine lebhaften Sprösslinge durchaus nötig hatte, sie wischte die Tränen schnell wieder fort. Wusste sie doch auch die Kinder bei ihrer Schwester und unter Fräuleins Aufsicht vorzüglich aufgehoben. »Fräulein, da hättest du bald was Schönes gemacht. Den hättest du doch ganz sicher vergessen, nicht?« Keuchend brachte Nestäkchen, als der Koffel fast schon voll war, ihren großen Puppenwagen angeschleppt. »Aber Annemarie, das Riesending können wir doch nicht mitnehmen. Und was bringst du denn jetzt noch herbei? Bist du denn ganz und gar nicht gescheit?« »Ja, aber meine Gerda muss doch spazieren fahren. Und Mätzchen verhungert sicherlich, wenn ich ihm nicht Futter und Wasser gebe,« behauptete die Kleine und warf ihre kleinen Holzpantien noch hinterdrein in den Koffer. »Fräulein hatte alle Mühe, sie davon zu überzeugen, dass Frieda Mätzchen gerade so gut versehen würde wie sie und dass Gerda noch lieber in dem kleinen Leiterwagen der Vättern ausfahren würde. Vielleicht fand sich auch noch in Arnsdorf ein alter Puppenwagen von Cousine Elli in der Rumpelkammer. Auch die Holzpantien konnte sie entbehren, da sie doch wohl da nicht scheuern würde. Als aber Klaus, der zweite junge Reisende, nun ebenfalls erschien, unter dem einen Arm seine Schmetterlingssammlung und unter dem anderen die Festung mit sämtlichen Regimentern, die er mit in den Koffer zu verpacken wünschte, da wurde es dem Fräulein dann doch zu bunt. Schmetterlinge, Festung und sämtliche Regimenter wanderten ins Jungenzimmer zurück und Klaus dazu. Anna-Marie aber wurde auf Besuch zu Hanne geschickt, weil die sie doch nun so lange entbehren musste. Jetzt hatte Fräulein endlich Ruhe zum Packen, nur die Puppen durften zugucken. Eigentlich war es schon am Tage vor der Reise so schön, dass man gar nicht erst zu verreisen brauchte. Vater und Mutter waren noch zärtlicher als sonst und Hans schenkte ihr sogar einen großen Radiergummi. Das Schwesterchen war so begeistert von dieser Freigebigkeit, dass es sich liebevoll an seinen Rücken hängte und ausrief, »Ich wollte, dass du lieber mit nach Arnsdorf kämest, Hänschen.« Im Nebenzimmer aber saß eine, auf die all die anderen Puppen neidisch blickten, die wünschte das noch tausendmal mehr. Puppe Gerda sah bereits im Voraus ihre Sommererholung durch den wilden Klaus arg beeinträchtigt. Als gegen Abend auch noch Großmama erschien, um den Enkelchen Lebewohl zu sagen und ihnen eine große Tüte Kekse für die Reise mitbrachte, da war die Seligkeit voll. Klein Annemarie war gar nicht zu bändigen. So aufgeregt war sie. Und als sie dann endlich in ihrem Bettchen lag, da betete sie voll in Brunst, »Lieber Gott, mache doch bloß bitte, dass ganz schnell morgen ist.« Das musste der liebe Gott denn wohl auch getan haben, denn als Fräulein Annemarie eine Stunde früher als sonst weckte, war die Kleine so müde, als ob sie eben erst eingeschlafen wäre. »Annemarie, der Zug geht ab«, rief Fräulein. »Wie blitzten die eben noch so verschlafenen Augen?« Auch Gerda sprang mit beiden Füßen zur gleichen Zeit heraus. Heute ging das Anziehen noch mal so schnell. Wenn man reisen will, ist das Wasser nicht so nass wie sonst. Der Kamm ziept nicht die Spur und selbst die zwei Tassen Kakao sind im Umsehen leer, wenn man auch gar keinen rechten Appetit hat. »Fräulein, der Zug geht ab«, jetzt war es Annemarie, die Fräulein drängte und der es noch nicht rasch genug gehen konnte. Lange bevor das Auto geholt wurde, stand sie bereits reisefertig da. Auf dem rechten Arm die ebenfalls reisefertige Gerda, in dem linken ihren Teddybären. »Soll dieser junge Herr etwa auch mit?«, fragte Vater amüsiert, sich den merkwürdigen Reisenden anschauend. Annemarie bejahte eifrig, weil sie doch bloß eine Puppe mitnehmen dürfe und Tiere auf einem Gut, wo es doch so viel Ochsen und Kühe gibt, sicher mehr willkommen sein müssten. »Ja, aber Bären gehören doch nicht auf ein Gut«, überredete sie Mutti, da Nesthäkchen durchaus den Teddybären als Reisegefährten mitnehmen wollte. Auch Vaters Einwurf, der kriegt doch keine roten Backen von der Landluft. »Half nichts. Nur Fräuleins energisches Verfahren, dann bleibst du auch zu Hause.« Der Bär wanderte zurück und nachdem Hanna und Frieda Nesthäkchen nochmals versprachen, für ihre armen, mutterlosen Kinder zu sorgen, konnte sie endlich mit ihrer Gerda die Reise antreten. Klaus, die grüne Trommel umgehängt und das Schmetterlingsnetz wie eine Fahne in der Hand schwenkend, drohnte bereits auf dem Bock neben dem Chauffeur. Auch die Eltern fuhren mit zur Bahn. »Ach, wie herrlich ist Verreisen, wenn Hanna und Frieda vom Balkon herunterwinken, wenn der Herr Portier in höchsteigener Person die Koffer aufladen hilft und das Auto so wundervoll tutet.« Mit glänzenden Augen fuhr Nesthäkchen zum Bahnhof. Dort gab es wieder eine Freude. Großmama hatte sich eingefunden, um ihrem Herzblatt Annemarie noch einen Abschiedskuss zu geben. Der kleine Reisekorb mit Bonbons aber, den Großmama Puppe Gerda überreichte, weil sie doch ihr Patchen wäre, war doch sicher für ihre kleine Mama bestimmt. Vater und Mutter wollten ihr Nesthäkchen gar nicht aus dem Arm lassen. »Sei folgsam und artig, Lotte.« »Klaus, Fräulein, schreibt mir alle Tage über dein Betragen einen Brief. Denke daran, wenn du etwas Ungezogenes tun willst.« »Und grüßt Onkel Heinrich und Tante Käthchen schön.« Da gab der Stationsvorsteher das Zeichen. »Tü-tü-tü-t, abfahren!« »Abfahren!«, schrie Annemarie wütend. Und seelenverknügt fuhr Nesthäkchen in die weite Welt hinaus. Die Reise wurde den Kindern nicht lang. Auch Gerda sperrte Mund und Nase auf. Nein, was gab's da draußen alles zu sehen? Zuerst einen großen dunklen Wald, in dem sicherlich Rotkäppchen dem Wolf begegnet war. Dann ein Dorf mit vielen niedlichen Häuschen und einem roten Kirchlein, gerade solches, wie Annemarie es daheim in ihrem Baukasten hatte. Nun kam eine Wiese mit wunderschönen roten, blauen, weißen und gelben Blümchen. Ei, wer da doch pflücken könnte! Aber die Eisenbahn rattete unbekümmert um Annemaries Wunsch weiter. Immer weiter. Ach, die vielen, vielen Schafe da drüben. Und die Kleine klatschte vor Freude in die Hände. Gerda, die zuerst ihres Lebens nicht recht froh wurde, weil Klaus ihr gegenüber saß und sie aus seinen braunen Augen spitzbübisch anblinzelte, verlor allmählich ihr Misstrauen. Der Junge war ja heute gar nicht zum Wiedererkennen artig. Aber die Puppe hatte sich zu früh gefreut. Als sie jetzt alle drei einträchtig miteinander aus dem Fenster schauten, fragte Klaus, Du, Annemarie, wollen wir mal Wind spielen? Au ja, Kläuschen! Auch Annemarie hatte jetzt genug von den Wiesen und Feldern, die alle ziemlich gleich aussahen. Hui, machte Klaus pfeifend. Und noch einmal hui, da flog Puppe Gerdas Strohhütchen aus dem Fenster mitten in den roten Mohn hinein. Mein Hütchen, mein schöner Hut, schrie Gerda. Oder war es Annemarie gewesen? Der Zug soll halten. Du sollst nicht weiterfahren, du oller Zug! Bitterlich weinte die Kleine. Die Eisenbahn aber rattete weiter. Was plärrt denn das dumme Ding? Sie hat doch selbst gewollt, dass wir Wind spielen. Aber der Fräulein sagte, Du, es geht heute noch ein Brief an Mutti ab, Klaus. Da wurde er recht kleinlaut und mit einem Mal wieder ein wahrer Musterknabe. Gerda bekam eine Zipfelmütze aus Nesthäkchens Taschentuch, weil sie doch unmöglich ohne Hut nach Arnsdorf kommen konnte. Was hätten wohl die Kühe dazu gesagt? Annemarie aber beschäftigte sich jetzt damit, eine in der Ecke sitzende Dame angelegentlich zu betrachten, welche die Augen geschlossen hatte. Die Tante schläft! Psst! machte Fräulein und legte mahnend den Finger auf den Mund. Die Dame bewegte sich unruhig, machte aber die Augen nicht auf. Die Schlafende hatte jetzt ihre Lippen geöffnet. Sanfte Schnarchtöne entquollen ihnen. Die Tante schnarcht, flüsterte Nesthäkchen in heller Begeisterung. Die Dame fuhr zusammen und riss die Augen auf. Seht ihr, nun habt ihr die Dame gestört, sagte Fräulein ärgerlich. Verzeihen Sie, gnädige Frau. Das macht ja nichts, lächelte die Dame freundlich und schloss aufs Neue die Augen. Weißt du was, Annemariechen, schlafe du auch ein bisschen, schlug Fräulein vor und nahm Nesthäkchen, das sich die Augen rieb, auf den Schoß. Nein, ich kann nicht schlafen, sonst kommt der alte Wind wieder und weht am Ende meine Gärde aus dem Fenster. Die Kleine warf einen vielsagenden Blick auf den gerade mit Großmamas Bonbonkorb liebäugelnden Plaus. Ich passe schon auf, beruhigte Fräulein das von der Reise ermüdete Kind. Da klappten Annemaries Augenlieder zu und nach einem Weilchen auch die von Fräulein. Nur Puppe Gerda schlief nicht, die saß aufrecht in ihrer Ecke und hielt Wache. Da sah sie denn, wie der unnütze Klaus vorsichtig die Goldschnur von dem Bonbonkörbchen, das Großmama doch ihr geschenkt hatte, löste und einen Bonbon nach dem anderen in seinen Mund spazieren ließ. Du, der maust mir meine Bonbons! Weinerlich zupfte die Puppe ihre schlafende kleine Mama an dem einen Rattenschwänzchen. Annemarie fuhr erschreckt hoch, wie vorhin die Dame, und weckte weinend Fräulein. Klaus bekam einen Klaps auf die Hände und Annemarie ein Stück Schokolade von der Dame, die inzwischen ausgeschlafen hatte. Und nun war man auch gleich da. Endlich! Fräulein setzte Annemarie das Hütchen auf und Annemarie zog Gerda ihre Zippelmütze an. Der Zug hielt, Onkel Heinrich stand aus dem Bahnsteig und hob Annemarie und Gerda mit lachendem »Na, du drei Käse hoch, bist du da?« aus dem Abteil. Dann gab er Klaus einen zärtlichen Nasenstüber und nahm Fräulein die Reisetasche ab. Nun ging es zu dem Wagen, denn man hatte noch über eine Stunde bis zum Gut Armstorf zu fahren. Auf dem Bock saß stramm in seinem blauen Rock mit blanken Knöpfen August, der Kutscher, und legte die Hand an die Mütze. Nesthäkchen knickste in tiefer Ehrfurcht vor ihm, der sah ja noch viel vornehmer aus als ihr Portier in Berlin. Klaus aber klopfte die beiden Brauen, an die klein Annemarie sich nicht recht herantraute, freundlich auf den Rücken, schwang sich zu dem feinen August auf den Bock und bettelte ihm seine Peitsche ab. Damit knallte er lustig, während der Wagen den Landweg entlang holperte. »Siehst du, Kleine, das ist eine Windmühle, da malt der Müller sein Korn. Und von dem Grasberg dort kann man fein heruntertrudeln. Dies hier sind schon unsere Wiesen, da fahren wir nächstens ins Heu.« Aber als das Plappermäuchchen zu all den verlockenden Aussichten schwieg und Fräulein ihm lächelnd zuwinkte, da sah sich Onkel die Annemarie näher an. »Holla!« »Das Fräulein schlief ja!« Den Blondkopf hatte es fest an Onkels Ärmel eingekuschelt. Die Bäckchen waren gerötet und das München leise geöffnet. Die lange Reise hatte die Kleine allzu sehr ermüdet. Auch Puppe Gerda hatte die Augen zugeklappt, fest schlafend. So hielten die beiden kleinen Reisenden ihren Einzug in Arnsdorf.